In diesem Video sprechen wir nicht nur über die Wahrnehmungsbesonderheiten von autistischen Menschen im Einzelnen und somit auch, wie Autisten die Welt sehen, nein, vor allen Dingen widerlegen und basteln wir auch eine ganze Reihe von Mythen, welche zu genau diesem Thema kursieren. Was sind das für Mythen? Zum Beispiel die Aussage, dass autistische Menschen keine Filter hätten, Leben ohne Filter, das ist so eine Aussage. Oder aber, dass autistische Gehirne grundsätzlich zu viel empfinden würden. Wenn du dich also für dieses Thema interessierst oder eventuell selber Autist bist, solltest du in diesem Video wirklich ganz bis zum Ende dranbleiben, um nicht auch die ständigen argumentatorischen und auch einfach faktenwidrigen Fehler zu machen, welche, was diese ganze Diskussion anbelangt, immer und immer wieder, insbesondere im Internet, kursieren. Sprechen wir als allererstes einmal über eine Studie, welche immer und immer wieder herangezogen wird und nach welcher errechnet worden sei, dass autistische Gehirne bis zu, ja, im Schnitt 42% mehr Energie verbrauchen würden als die Gehirne von nicht-autistischen Menschen. Und diese Studie sei ein Beleg dafür, dass autistische Gehirne zu viele Reize empfangen würden. Diese Studie ist von Velazquez A. Galan aus dem Jahr 2013. Und es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass diese Studie sich ausdrücklich auf den Energieverbrauch von autistischen Gehirnen ohne die Zufuhr von Reizen bezieht. Ganz, ganz wichtig. Hierbei geht es um die Aktivität autistischer Gehirne im Ruhezustand. Und da mache ich euch auch eine Einblindung aus dem Abstract dieser Studie. Deswegen kann natürlich, ob das Ergebnis dieser Studie nun stimmt oder nicht, was dort herausgefunden wurde, dass in gar keiner Weise als Beleg dafür angeführt werden, dass Autisten zum einen zu viele Reize empfangen würden und das Gehirn deswegen ganz, ganz viele Energie verbrauchen würde und trifft auch überhaupt keine Aussage über die Wahrnehmung von Autisten überhaupt. Denn, nochmal, in dieser Studie ging es ausschließlich um die Aktivität autistischer Gehirne ohne das Außenreize empfangen werden. Das heißt, diese Studie, welche sehr, sehr gerne und oft zitiert wird, wäre aus der Debatte Wahrnehmungsbesonderheiten von Autisten schon mal raus. Als zweites gibt es eine ganz bekannte Studie, bekannt als die sogenannte Makram-Studie, welche auch immer wieder zitiert wird und welche ein deutlicher Beleg dafür sein soll, dass autistische Gehirne zu viel empfinden würden und genau deswegen Autisten sich auch aus dem Sozialleben mit anderen zurückziehen würden. Eben nicht, weil sie das soziale Miteinander nicht verstehen würden, sondern schlicht und ergreifend um sich vor den bunten, diversen, viel zu intensiven Reizen unserer Welt abzuschotten. Ja, schwierig. Es ist vor allen Dingen deshalb schwierig, weil ich mir sicher bin, dass ganz, ganz viele meiner autistischen Zuschauer jetzt auch schon sagen werden, ja, Moment mal, also ich verstehe tatsächlich das zwischenmenschliche Miteinander nicht und das liegt nicht daran, dass ich zu viel empfinde und das ist auch nicht der Grund, warum ich nicht am sozialen Miteinander teilnehme, obwohl das natürlich ein Teilaspekt sein wird, aber es ist mit Sicherheit nicht der Hauptgrund. Dann muss man wissen, dass diese Makram-Studie an Ratten durchgeführt wurde, an angeblich autistischen Ratten, ja, dass diese Ratten sich aufgrund der Außenreize aus dem Ratten-Sozialleben zurückgezogen und abgeschirmt hätten. Es ist aber ganz, ganz wichtig zu verstehen und da wird mir wahrscheinlich jeder hier beipflichten, dass man Ratten-Studien nicht einfach auf den Menschen übertragen kann und auch ich persönlich als selbstbetroffener Asperger-Autist möchte nicht anhand dem Verhalten von Ratten bewertet und klassifiziert werden. Es ist auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass diese Makram-Studien in der Folge auch von anderen Forschern wiederholt wurden und dass die Ergebnisse der Makrams sich eben nicht wiederholen ließen. Man hat im Rahmen dieser Wiederholung der Studien herausgefunden, dass die Tiere sich zwar zurückgezogen haben, das allerdings nicht deshalb, weil sie grundsätzlich zu viel empfunden hätten, sondern nur dann, nur dann, wenn man die Reize, welche auf sie eingeprasselt sind, ruckartig massiv in der Intensität gesteigert haben. Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, ja, wenn plötzlich bestimmte Reizintensitäten extrem gesteigert werden, da würden sich auch nicht-autistische Menschen und wahrscheinlich auch nicht-autistische Ratten zumindestens zeitweise zurückziehen, denn das ist nun einmal unangenehm, ob man Autist ist oder nicht. Eine letzte Sache zu dieser Makram-Studie möchte ich auch noch anmerken, die wir nicht vergessen sollten. Und zwar wurde diese Studie deshalb so bekannt, weil die Makrams, das ist ein Ehepaar, diese Studie in ihrem eigenen Wissenschaftsmagazin publiziert haben. Das heißt, es ist Self-Publishing. Schwierig. Das entspräche in etwa dem, dass ich, ja, wie soll ich das sagen, Artikel von mir, die ich selber geschrieben habe, auf meiner eigenen Internetseite veröffentlichen würde, ja, da gibt es ja gar keine Absicherung. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es wurde ja auch schon ganz, ganz häufig angemerkt, dass ich mich auch in Videos immer mal wieder auf Artikel beziehe, die auf meiner Internetseite veröffentlicht wurden von mir. Da muss man aber natürlich ganz klar sagen, diese Artikel, das sind die Artikel von namhaften Experten im Bereich Autismus, zum Beispiel von Professor Dose oder zum Beispiel von Dr. Lenart. Und jeder kann auf meiner Internetseite auch gerne seine eigene Meinung vertreten. Ich rede da niemandem rein, was er jetzt in seinen Artikeln schreibt, solange jetzt die Artikel nicht vollständig konträr meinen, ja, meinen ethisch-moralischen Vorstellungen gehen oder dass da ausgesagt wird, Autisten sind alle dumm oder was weiß ich. Ich werde mich ja nicht über meine eigene Internetseite selber beleidigen lassen. Ja, aber hier bei den Markrams haben wir ja noch den Fall, dass das ihre eigene Studie ist, welche sie in ihrem eigenen Wissenschaftsblatt verbreitet haben. Das heißt, das wurde nicht überprüft, was sie dort verbreitet haben und dass natürlich auch in einer nachträglichen Prüfung diese Ergebnisse nicht wiederholbar waren, hat sich ja auch herausgestellt. Und deswegen ist leider der Bezug auf diese Markram-Studien der Gang auf ganz, ganz dünnem Eis. Hier sollte man wirklich aufpassen zu behaupten, autistische Gehirne würden zu viel empfinden. Ja, bevor wir zu den Wahrnehmungsbesonderheiten im Einzelnen kommen, möchte ich noch eine Sache sagen, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich zu der Behauptung, Autisten hätten keine Filter. Jeder, der im Bereich Autismus unterwegs ist, hat schon mal diesen Satz gehört, Autismus, Leben ohne Filter und so weiter und so fort. Da muss ich sagen, meine lieben Leute, das ist doch wirklich Quatsch. Hört bitte auf, eine solche Unsinnsbehauptung immer und immer wieder aufzustellen. Wenn wir Menschen sowie autistische Menschen keine Filter hätten, dann würden wir nicht die Sonne sehen oder dann würden wir nicht das Brummen eines Autos hören, sondern wir hätten, wir würden lediglich Licht und Schallwellen wahrnehmen. Das muss man sich doch erst einmal klar machen. Deswegen natürlich haben auch Autisten Filter. Oder eine andere Sache. Jeder von euch, jeder meiner autistischen Zuschauer, die jetzt dieses Video sehen, habt ihr gerade die Empfindungen gehabt, was eure Füße in euren Schuhen oder auf dem Erdboden fühlen? Wahrscheinlich nicht. Habt ihr gerade auf dem Schirm gehabt, im Fokus eurer Aufmerksamkeit, welcher Geruch im Raum liegt? Wahrscheinlich nicht. Oder, um dieses Beispiel noch auf die Spitze zu treiben, habt ihr gerade wahrgenommen, wie sich eure eigene Zunge in eurem eigenen Mund anfühlt, während ihr dieses Video schaut, während ihr von mir hoffentlich auf positive Art und Weise abgelenkt seid. Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Und damit wäre doch schon bewiesen, dass auch Autisten selbstverständlich Filter haben. Und diese Aussage, Autisten hätten keine Filter, schlicht und ergreifend falsch ist. Da könnte man jetzt sagen, ja, mein Lieber, das ist ja sehr, sehr spitzfindig, was du hier betreibst. Aber zum einen muss man natürlich ganz klar sagen, Autisten sind ja angeblich so spitzfindig und, ja, sachlich und wollen immer alles ganz, ganz genau klären. Und das ist ihnen wichtig, dass alles so korrekt ist. Ja, da muss ich aber auch ganz klar auch mal rausgeben an die autistischen Communities. Dann seid aber auch in diesem Punkt spitzfindig und sagt nicht Sachen, die schlicht und ergreifend falsch sind. Und außerdem bin ich der Meinung, dass solche Dinge zu erzählen auch grundsätzlich niemandem weiterhilft. Denn was hilft es einem Autisten, der vielleicht eh schon leider, leider überfokussiert ist auf bestimmte Wahrnehmungen, zum Beispiel die Geräusche seines Nachbarn oder was weiß ich, ihm dann auch noch zu erzählen, ja, mein Lieber, du hast keine Filter und du kannst da auch gar nichts gegen machen. Und es bringt ja auch nichts, dich abzulenken. Du bist sozusagen in deiner filterlosen Existenz gefangen. Meine Lieben, das hilft, glaube ich, niemandem weiter. Ja, eine ganz letzte Sache. Bitte gebt mir noch diese Zeit, bevor wir wirklich die einzelnen Wahrnehmungsbesonderheiten und die einzelnen Sinnesorgane von Autisten durchgehen. Ich mache es auch ganz, ganz kurz. Autistische Gehirne werden niemals überreizt. Nicht so, wie es immer und immer wieder dargestellt wird. Genau genommen kann man nämlich Gehirne gar nicht überreizen. Denn sie schützen sich vorher. Genau aus diesem Grund kommen Autisten ja in einen sogenannten Meltdown, ja. Das heißt, dass ihnen alles zu viel wird. Sie ziehen sich zurück. Manche werden auch wütend, ja, fangen an rumzuschreien oder fangen an zu weinen und so weiter und so fort. Das heißt, der Organismus schützt sich schon davor, als dass das Gehirn, das vielleicht wichtigste Organ des Menschen, zu viele Reize empfinden würde. Und was passiert dann mit dem Gehirn? Ich sage es jetzt mal ganz salopp. Platzt das Gehirn dann in unseren Köpfen? Nein, es passiert eben nicht. Wir Autisten erleben dann einen sogenannten Meltdown und schützen uns vor diesen Reizen. Und deswegen ist es auch nicht richtig, dass das Gehirn von Autisten überreizt werden sollte. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn auch zugegebenermaßen an dieser Stelle wirklich eine Spitzfindigkeit. Kommen wir jetzt aber zu den Wahrnehmungsbesonderheiten. Ja, ich habe schon häufig gesagt, dass Autisten nicht nur zu viel wahrnehmen können, sondern auch zu wenig. Wie auch immer das, das hatte mir mal einer auf Instagram oder eine Person oder auf YouTube, ich weiß es nicht, in den Kommentaren geschrieben, was auch immer das wäre, wer das definiert, ob es zu viel ist oder zu wenig ist. Naja, zu wenig ist es zum Beispiel, wenn ich mir den Finger schneide und gar nichts spüre und das dazu führt, dass ich oder ein autistisches Kind sein Verhalten nicht dahingegen regulieren kann, dass man zukünftig auf sein leibliches Wohl Acht gibt und sich deswegen immer und immer wieder stärker verletzt, weil man eben nicht die Erfahrung macht, dass Verletzungen in irgendeiner Weise schlimm werden. Ja, irgendwann sind die Verletzungen so schlimm, dass wir dann ernsthafte gesundheitliche Schäden davontragen und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir Schmerzen finden. Es gibt ja auch diesen Satz, Schmerz ist nicht dein Feind, sondern Schmerz ist dein Freund. In diesem Sinne kann man auch zu wenig empfinden, wenn dieser Freund eben nicht auf den Plan tritt, wenn man sich verletzt. Oder wann empfindet man zu viel? Man empfindet zum Beispiel zu viel oder auf eine qualitative Art und Weise auch etwas anderes, wenn man kaum irgendetwas essen kann, ohne dass man Missempfindungen hat, dass einem irgendwie alles viel zu bitter erscheinen sollte und das schlicht und ergreifend im Abgleich mit allen Menschen in dem Umfeld nicht der Fall ist. Ja, dass alle genüsslich das Mittagessen schnabulieren, aber man selber kann fast nichts essen, weil einem alles bitter vorkommt. Das wäre für mich jetzt auch erst einmal ein zu viel. Aber wie gesagt, Autisten können entweder zu viel oder zu wenig empfinden. Das ist ganz, ganz wichtig und diese Empfindungen können sich auf alle Sinnesorgane, die der Mensch hat, welche ich auch gleich aufzählen werde, beziehen und können übrigens auch schwanken. Das heißt, man hat den einen Tag vielleicht ein sehr empfindliches Gehör, den nächsten Tag aber nicht oder ist eventuell sogar unterempfindlich. Ja, alle Sinnesorgane können betroffen sein. Welche sind das? Das sind die auditive Wahrnehmung, das heißt das Gehör, die visuelle Wahrnehmung, das heißt das Sehen, der Tastsinn, der Geruchssinn, der Geschmacksinn und das kommt auch noch dazu, ein Sinnesorgan, das viele, viele häufig vergessen, der Gleichgewichtssinn. Auch der Gleichgewichtssinn von autistischen Menschen kann in der Wahrnehmung besonders sein. Besonders heißt in diesem Fall signifikant von dem, ja, wie soll ich das sagen, von der Justierung anderer Menschen abweichen und auch so sehr abweichen, dass es pathologisch wird, wenn ich das hier so sagen darf. Zum Beispiel, ich habe es gerade schon gesagt, sich jemand schneidet und nicht spürt und deswegen nicht gut auf sich achtgibt. Es ist ganz, ganz wichtig auch zu verstehen, dass Autisten neben diesen Überempfindlichkeiten und Unterempfindlichkeiten auch Synesthesie empfinden können. Das heißt, dass man Töne hört oder Dinge, die man sieht, schmecken kann, wobei Synesthesien grundsätzlich nicht ungewöhnlich sind. Alle Menschen haben mehr oder weniger Synesthesien. Wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass man häufig davon spricht, dass es bestimmte harte oder weiche Klänge geben würde. Jemand, der nuschelt zum Beispiel, der würde eine sehr weiche Aussprache haben und jemand wie ich, der alles sehr, sehr präzise immer ausspricht, hat eine sehr harte Aussprache. Und hart und weich, das ist ja eigentlich ein Gefühl, das sich auf den Tastzinn bezieht, arbeitet in diesem Sinne synesthetisch mit dem Gehör dessen, was man hört. Und das sind Empfindungen, die ganz, ganz viele Menschen, die eigentlich alle Menschen in einem bestimmten Maße haben. Das heißt, Synesthesien sind genau genommen eigentlich ein Spektrum. Und es ist nicht so, dass man Synesthesien entweder hat oder nicht hat. Das ist an dieser Stelle auch ganz, ganz wichtig. Eine Wahrnehmungsbesonderheit ist auch die Reizfilterschwäche. Das heißt, dass man bestimmte Reize nicht gut ausfiltern kann. Und diese Reizfilterschwäche, da kommen wir jetzt zur Mitte dieses Videos zurück, ist ja eigentlich das, was gesagt werden soll, wenn einer sagt, ich habe keine Filter. Weil die Aussage, ich habe keine Filter, ist einfach übertrieben und ist auch nicht richtig und deswegen meiner Meinung nach auch nicht hilfreich. Ja, Reizfilterschwäche, ich sage es nochmal in ein, zwei Sätzen für diejenigen, die sich jetzt nichts darunter vorstellen können. Das heißt schlicht und ergreifend, bestimmte Reize nicht gut ausfiltern zu können. Beispiel, mein Nachbar hat leise Musik an und ich kann einfach nicht aufhören, mich darauf zu konzentrieren. Ich höre das ständig. Ständig habe ich diese Musik im Sinn. Und das treibt mich einfach in den Wahnsinn, obwohl andere, die auch anwesend sind, sagen, ach, das stört mich nicht oder ach, das höre ich gar nicht. Oder ein anderes Beispiel wäre, dass man sich nicht, wenn mehrere Leute an einem Tisch sitzen und ein Gespräch führen, auf einen einzelnen Gesprächsteilnehmer konzentrieren kann, sondern alle Gesprächsteilnehmer gleichmäßig stark wahrnimmt und somit das Gerede aller Personen zu einem einzigen Brei verschmilzt. Das wäre so ein Problem, was die Reizfilterschwäche anbelangt. Ich möchte auch noch abschließend eine ganz, ganz wichtige Sache sagen, die beim Thema Wahrnehmungsbesonderheiten häufig unter den Tisch fällt, welche aber ganz, ganz große Auswirkungen hat. Es ist so, dass Menschen mit Autismus eine Neigung dazu haben, übermäßig visuell zu sein, den visuellen Reizen stark den Vorzug zu geben, zum Beispiel zu den auditiven Reizen dessen, was man hört. Auch da sind wir jetzt wieder bei der Kiste, was ist zu viel, was ist tatsächlich zu viel, wer will das definieren? Ich gebe ein Beispiel. Es gibt die Theorie, dass frühkindliche Autisten, um bei dem alten Label zu bleiben, Asperger-Syndrom, frühkindliche Autismus, atypische Autismus, dass jener Autisten, welcher man als frühkindliche Autisten gelabelt hat, noch immer labelt, ganz, ganz häufig, wie wahrscheinlich bekannt, keine Sprachfähigkeit entwickeln. Das heißt, nicht lernen zu sprechen, weil sie so sehr als kleine Kinder auf die visuelle Wahrnehmung fokussiert sind, dass sie dem gesprochenen Wort, das heißt einem Reiz, der auditiv ist, so wenig Bedeutung beimessen, dass sie das einfach gar nicht beachten und es deswegen auch gar nicht für nötig halten, selbst, also erstmal ein Verständnis dieser Laute zu entwickeln und zweitens dann auch selber über Laute zu entwickeln, um mit diesem auditiven Reiz in Interaktion zu treten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil, das ist eine Theorie, eben diese, wenn Kinder sehr, sehr stark autistisch sind, den visuellen Reizen so massiv den Vorrang geben und das zumindest so viele Jahre tun, bis die kritische Entwicklungsphase des Spracherwerbes vorüber ist, dass dieses Fenster geschlossen ist. Ab einem bestimmten Alter, wenn man da noch nicht gelernt hat zu sprechen, kann man es irgendwann nicht mehr. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, in der Wahl zur Wahrnehmungsbesonderheit von autistischen Menschen zählt auch, übermäßig visuell eingestellt zu sein und das kann auch, das hat auch sehr viel zu tun mit der Detailwahrnehmung von Autismus, wobei die Detailwahrnehmung kann sich auch im Gehör zeigen, ganz wichtig, oder bei anderen Sinneskanälen, aber auch gerade wieder diese Detailwahrnehmung ist visuell natürlich bei Autisten ganz besonders stark ausgeprägt. Es kann auch sein, dass sie zum Beispiel überall Muster erkennen, wahrscheinlich ganz viele meiner autistischen Zuschauer kennen es, im Badezimmer zu sein und dann diese Gitternetze der Fliesen im Badezimmer immer so hervorstechend zu sehen, dass man dann so vorkommt, dass es einem so vorkommt, dass man sich in einem vergitterten Zimmer befindet, weil man einfach die Fugen die ganze Zeit sieht, dieses Muster der Kacheln. Auch das ist natürlich eine Wahrnehmungsbesonderheit bei Autismus. Ihr seht, dass dieses Video sehr lang werden kann und auch noch länger werden würde, wenn ich hier noch tiefer ins Detail reingehe. Das wird nicht möglich sein, nicht in einem einzigen Format. Wenn euch das Thema Wahrnehmungsbesonderheiten interessiert, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Es war mir in diesem Video vor allen Dingen auch wichtig, neben der generellen Information über Wahrnehmungsbesonderheiten, auch mal den ein oder anderen Mythos hier zu basteln, weil ich finde das wirklich sehr, sehr schwierig, immer und immer wieder Sachen zu verbreiten, die mit einer absoluten Grenzen der Wahrscheinlichkeit falsch sind. Oder sich auf Studien zu beziehen, die irgendetwas belegen würden, welche aber etwas ganz anderes untersucht haben, wie bei der genannten Studie, dass autistische Gehirne zu viel Energie verbrauchen würden und damit belegt sei, dass autistische Gehirne zu viele Reize aufnehmen, empfinden würden. Die ganze Studie dreht sich aber um ein Studiendesign, in dem gerade Reize abgeschirmt wurden. Das sind einfach Fehler, die dürfen in dieser Diskussion nicht passieren. Meine Lieben, das Video ist schon sehr, sehr lang. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch Ergänzungen habt zu diesem Thema, haut es gerne in die Kommentarsektion. Verratet mir auch gerne, ob ihr immer die Kachelgitter im Badezimmer seht. Wie gesagt, abonniert diesen Kanal. Und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt, meine Aufklärungsarbeit und natürlich auch mich persönlich, auf meinem persönlichen Lebensweg unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne Kanalmitglied. Wie immer, haltet die Ohren steif. Lasst euch nicht unterkriegen und auch nicht von der Sonne blenden oder von euren Nachbarn und seiner Musik in den Wahnsinn treiben. Und ich denke doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.